Das ist der neue Supersong. Mit dabei beim heutigen Gator-Fell Sowjetunion, der liebe Fefero und ein unbedeutender Lappen. Hallo. Der Einrad-Keks. Der Einrad-Keks! Wir haben dem Einrad-Keks einen ganz besonderen Bild gebaut und zwar mit Strafsoldaten. Haben wir extra erforscht und wir haben auch erforscht IS-1, aber wir haben ihn nicht mehr einsatz, weil ich habe den Tiger. Wir verteidigen und zwar ist das die Hilltop, heißt die. Die haben wir schon ein paar Mal gespielt. Wir haben die jetzt nicht immer wieder neu geladen, um die zu haben, sondern das waren Fabriken vorher. Mit denen wollen wir halt am besten nicht spielen. Das will keiner von uns. Und ja, was wollen wir denn jetzt? Wollen wir ganz vorne verteidigen oder wollen wir die rankommen lassen? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Schussfeld für die 8-8 und so. Ja, also wir haben ja eigentlich ziemlich viel Platz. Das Problem ist aber, wenn wir quasi auf diesen Hügel gehen, in der Mitte, wo diese Häuser stehen, kann es halt auch sein, dass wir in Reichweite direkt ihrer Artillerie sind, wenn die da rein spawnen. Das stimmt. So, das wäre ein Problem. Also würde ich eher so in die Höhe von A gehen, mindestens? Weißt du? Wir können ja zwischen A und D stehen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, ja, das wäre ganz gut. Wir können ja auch noch die Brücke da hinten verminen, dann fahren die ja sowieso nicht drüber. Die kann man auch sprengen, glaube ich. Ja, ja, ich meine schon. Ja, okay, gut. Dann holen wir jetzt erstmal die Minenleger. Einrad, wie gut kannst du denn Minen legen? Wo sollen sie denn hin? Ich beantworte die Frage. Wie gut kannst du Minen legen? Okay, dann mache ich das. Alles gut. So, hier. Fifero. Welche Sachen holst du? Von E. E? Okay, dann fahre ich zu D. Und zu B. Oder ich mache A, dann kannst du noch B Minen holen. Okay. Kannst du ja, wir haben ja zwei Fahrzeuge. So, der Einrad. Einrad, ich gebe dir jetzt direkt deine Sachen, dann kannst du dich schon mal irgendwo eingraben. Jawohl. Irgendwo vor uns, weil es macht nichts, wenn deine Einheiten explodieren. Es ist ein minderwertiger, äh, minder weniger Strafabschaum. Der muss ja, äh, seine Sache wieder gut machen. Hier, Panel Field Battalion. Hier ist es. Guck mal, wie groß die Einheiten sind. Guck mal. Voll die Megasquads abschaumen. Ich glaube, die sind so groß, dass die noch nicht mal als ganzer Squad verfügbar sind, wenn du die auswählst. Loll, im Ernst. Das ist ja geil. So, hier Einrad. Hier ist Pioniere, ne, zum Gräben bauen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der, äh, 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 noch hingeht der. Ein, Einrad, ich gebe dir gleich noch was zum Packschieben. Ja. Guck mal, die anderen stehen am Kartenechse. Die fallen jetzt bestimmt aus der Karte raus, oder? Hieß keine Textur einfach, weil die Karte extra lang gemacht wurde. Ich glaube, das ist gar nicht fit möglich, in diesem Spiel zu fallen. Meinst du? Hm, okay, vielleicht schon, aber... Okay, Einrad, pass auf. Du, äh, machst Gräben. Ich würde sagen, ähm... Ja, Sommin... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine, äh, das ist jetzt echt schwer, ne? Ja, ich würde sagen, hier dem Tannenwald. Ja? Ja. Äh, und zwar von der, von Straße zu Straße. Dann, äh, hältst du dann den kleinen Hügel da. Da kann ich mich die 8-8 draufstellen. So, dann, äh... Kann ich jetzt mit dem schon mal Minen holen? Sehr gut. Aha. Ich leg dann hier ganz schön wieder... Ich leg einfach Minen auf die Straße, denn... Legst du Minen auf die Brücke? Ja, ne? Fifiro. Äh, kann ich machen, ja. Ja. Oder sprengen sie halt. Beides tolle Sachen. Beides super Optionen. Was will man mehr? So. Die LKW ist schon voller Raketenwerfer. Überall... Vollladen damit. Mit. Okay. So. Ein, äh, ein Rad. Das höre ich noch gerade... Supplies. So. Supplies. Hier ein Rad. Du kriegst noch... Was geben wir denn hier? Hier ein Rad. Damit kannst du dein Ding nach vorne ziehen. Ah, die schöne Flak. Ja. Die kannst du ja dann... In deine Einheiten stellen. Oder auf den Hügel drauf. Ich glaube das ist unser einzige Flak. Das ist natürlich... Außer die 8.8 natürlich noch. Die 8.8 stelle ich hier hin. Ich guck mal ob das geht. Wir probieren das mal aus. Das wäre natürlich richtig edel. So. Schnell. Schnell, 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 schnell. Ich lege gerade ob ich hiermit was mache. Ne. Ich glaube ich geh, äh... Gräben. Gräben machen. Oder so. Los, los, los. So erstmal die Minen. Weil die sind auch noch 100 Stück ey. Richtig edel. So. Dann der zurück. Äh... Willst du dann A halten? Warte mal. Was haben wir gesagt? Was halten wir? A und... Äh... Genau. Fifero, wo willst du halten? Willst du A halten? Ist ja auch hinter dem Hügel. Ist gut für deine Arti. Und da steht hier noch ne... Ne Panzerwehr, die du hast quasi. Ja. Mach ich. Sehr gut. So. Dann machen wir mal so. Dann machen wir mal... Ne. Auf die Straße. So. Dann machen wir mal... Dann machen wir noch ein Last Man Standing. Ne. Da haben wir ja noch was. Gucken ob die hoch kommt. Das wäre natürlich jetzt richtig edel. Boah. Richtig gut. Yo. Haha. Ich bin einfach den Berg hochgefahren. Komm schon. Du schaffst das. Ich glaube nicht. Oh. Was war das? Rücken gesprengt. Sehr schön. Gut, dass du wieder Bescheid gegeben hast. Hm. Liebe Zuschauer. Bedankt euch beim Fifero, dass ihr das nicht sehen durftet. Die sind bestimmt glücklich. Es war eine wundervolle Animation. Du machst es nicht besser. War großartig. Und das Beste war, dass ich in den letzten Jahren Game Developer nicht gesehen habe. Alleine. Nur ich habe es gesehen. Und niemand sonst. Das für mich. Ab in seinem Kopf. Ein Rat. Ein Rat. Jetzt. Fifero. Crit. So. Ah. So jetzt zurück. Ne. Oh man ey. Die 8-8 drehen. Ist doch immer die halbe Aufnahme. Die sieht aber so gut aus. Ich glaube aber. Ich glaube die steht hier nicht gut. Ich kann nämlich nicht so tief zielen. Ich versuche mal ob ich irgendwie. Aha. Ich glaube die dreht durch wenn ich das mache. Okay. Soll ich jetzt mal weiterlegen. Puh. Ja Einrat. Wenn du zu viel hast kannst du dich auch hier überall schön verteilen. Auch in den ganzen Gräben. Auf dem Hügel. Das ist alles okay. Hauptsache du machst das alles. So. Jetzt rückwärts. Ja. Sehr schön. Na. Ist immer noch. Doch. Ja. Sehr gut. Sehr schön. So. Jetzt gucken wir mal. Oh ja das geht. Boah Fifiro guck mal die 8-8 auf dem Berg. Boah ich kann alles einsehen. Richtig gut. Sehr schön. Okay. Okay sehr gut. Fifiro ich hole mal dein Dings rein ne. Äh ja. Äh was war das denn die hier. Oh man da steht jetzt so viel Scheiß rum. Lord Fifiro. Lord Fifiro. Lord Fifiro. Flammerfa ist natürlich auch Lord Fifiro. Das ist auch Lord Fifiro. Lord Fifiro. Lord Fifiro. Habe ich schon Lord Fifiro gesagt. Das ist natürlich Lord Fifiro. Maxim Quatz. Das ist auch Lord Fifiro. So. Ich kümmere mich mal um alle Kommissare. Sodass sie alle schön dann gleichzeitig in Luft sprengt werden können. So das anhängen. Das anhängen. Hast du eigentlich was um dein Ding abzuziehen? Achtung du hast ja die äh Quatz da ja. Ja. So dann können wir das noch anhängen. Sehr schön. Und das stellen wir dahinter und steigen aus. So und hier machen wir jetzt noch einen Panzergraben hin. Warte mal. Ich glaub ich mach einen Panzergraben hier hin. Warte mal. Ist ja irgendwie den. Ich muss jetzt mal hier weitermachen. 20. Reicht nicht. Wir haben noch 30 Sekunden. Sehr beugend. Sehr beugend. Oh man. Das ist überhaupt nicht gut. Zurückfahren schon mal. Schon mal zurückfahren. Du auch. Ich bin doch gar nicht mit meinem Hauptdross hier. Schon mit dem Tiger hier hochfahren. Äh. Ja ich überlege gerade. Ich überlege wo ich den Tiger reinbuddel. Mach mal so. Das wird ja wohl irgendwie schief gehen. Na auf jeden Fall legen sie schnell Minen. Das ist schon mal gut. Okay. Noch mehr Infanterie. Meine Infanterie. Ich hab ja auch einen STKFZ geholt. Guck mal. Da hat über der Ding schon seine Typen drin. Das ist auch gut. Der Einrad. Fällt mir echt gut mit den Strafbataillonen. Der Strafbataillons Baum. Aha. Ich weiß ja nicht. Ich glaub die fliegen uns gleich alle um die Ohren. Ja aber dann. Wenigstens fliegen die Gräben mit denen in die Luft als irgendwas anderes. Ich fahr dir. Ich fahr dir. Ich fahr dir zu nah. Wie bitte? Ob der Fifero meint, dass die zu nahe sind. Beieinander. Äh. Ne. Die haben ja doch weniger Lebenspunkte. Klar. Das ist ein bisschen zu nah. Also. Das Ding ist. Wenn man ein Gräben am Hang baut. Genau am Hang. Dann. Äh. Stehen die ein bisschen schlechter in Deckung. Also es macht dir jetzt nichts. Nur damit du Bescheid weißt. Also manchmal hat man keine andere Wahl. Aber du. Am besten. Du machst sie immer am Fuß vom Berg. Ne. Ja. Ich hab sie schon. Eher unten. Ja. Ist aber trotzdem okay. Also manchmal hat man keine Wahl. Ich sag's ja nur. Macht ja nix. Kostet ja auch nix. Wollt. Dass sie nicht in so einer Kuhle sitzen und dann überhaupt nichts sehen. Die Kuhle Kuhle. In so einer. In so einer. In so einer Kuhle Kuhle. So. Dahin. Ich zieh mir mal ein paar Reserven da raus. Lass ich jetzt mal alle hier. Das ist unser Car Park hier. Ja. Ich hätt kein Meerminen gelegt. Aber. Achso. Ich glaub das sind noch drei Sterne. Ne. Also mindestens. Also mindestens zwei. Doch hier keinen Druck. Ah. Das kommt da oben hin. Sehr gut. Kommen wir denen auch da oben hin. Hebe hier nicht die Erwartungen. He. Ich hebe die Erwartungen. Ich hebe die Erwartungen. Pifiro. Wo bist du? Wo stehst denn du jetzt? Bei A? Oh. A. Idle Verstärkung. Mach Platz. Okay. Da kommen sie. Oh. Kommt schon der Minenräumer wieder. Das war ja klar. Und ein Panzer. Äh. 3. M. Und beim äh. Fifiro kommt Panther. Tiger. Äh. Stug. 4. 42. Also. Natürlich da wo wir keine Panzerwehr großartig stehen haben. Aber wir müssen die erstmal eher einnehmen lassen. Der blöde Sack. Gibt's ja nicht. Ach das ist eine Artillerie. Guck mal. Die holen wir uns jetzt. Boah wie schnell die schießt. Das ist so krass. Okay die. Hier äh. Äh. Ich mach das. Nee nicht. Der MG Schütze bitte. Boah ich dachte gerade. Hm. Kriegt der den nicht kaputt? Doch jetzt. Boing. Ach guck mal die sind alle durch die Minen gefahren. Das gibt's doch nicht. Ah der Tiger fährt noch. Ach schade. Scheiße. 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 Mein Bein. Mein Bein. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen. Du musst doch mein Bein rufen. Äh ein Rad. Der Einrad. Der Einrad. Der Einrad. Sehr gut. Ach guck mal. Man kann ja auch noch nicht mal von den Verbündeten die übernehmen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Hm. Oder ist das kaputt? Das kann auch sein. Ähm. Wow. Muss doch nicht ein paar Screenshots machen. Das sieht gut aus. Kommt ein Brummbär. Ich glaub ich den Ziger muss ich bald umbauen hier. Aber es wäre schon. Also eine Fahne verlieren. Aber den Rest muss unbedingt halten. Damit das nicht zu lange dauert hier. Tja schwere Artillerie wäre jetzt deutlich besser gewesen. Ja. Ich stehe nämlich sogar auf dem Fenster und sage der Sturmtiger wäre am besten gewesen. Hier früher. Wenn ich das gewusst hätte. Ja. Der Fifero wollte lieber seine kleine Artillerie mitnehmen. Weil die soll ja genauer sein. Ja. Wenn ich jetzt wieder auf Anträge gekommen wäre. Mit kleineren Fahrzeugen. Und die Artillerie. Genau. Mach mal eine rundherum äh Grabenverteidigung. Sehr gut. Hier ist überall Munition ne. Da kannst du dich dran aufladen. Kannst du ein bisschen weiter nach vorne mit deinem Infanteriegeschütz. Ja. Macht ja nix wenn das. Ja. Mach dir alles nix. So. Motor aus. Oh. So. Ich glaub mit dem T-Jaw. Müsste ich mal da runter fahren. Fährt jetzt wahrscheinlich alles kaputt. Bäume brauchst du nicht. Bisschen mehr Tarnung für deine Gräben. Oh Gott. Die fahren aber auch synchron ne. Jetzt steigt eine aus zum reparieren oder was. Gucken wie sich die Panzerwehrkanone da macht. Fängt ja gut an. Ich seh die noch nicht. Morderschaden. Morderschaden. Ja. Ein Meisterschuss. Jetzt den Tiger. Der Panther qualmt. Äh kocht. Oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Der willst nicht zu mir schießen. Du magst mich doch gar nicht. Ich glaub der. Jo. Ich hab ihn getroffen. Ja. Er raucht. Plump. Ich glaub wir haben ihn. Du musst aufpassen, dass jetzt nicht der Marder von dir von hinten ne. Eine rein gibt. Oh ja. Okay. Ich hab das schon mal gezogen. Die Stuo 42 kommt näher. Oh. Oh. Was war das? Das war's mit der Pack, die ich hier hatte. Oh da kommt jetzt noch. Oh das ist noch ein Marder. Oh shit. Das ist nur ne Grille. Boah. Ha ha ha. Hasta la vista. Deutschland. Oh man ey. Das ist ein Dato hier. Scheiß ich hab da neben geschossen. Ich glaub ich muss mit dem Tiger hier runter. Ist zu gefährlich. Kommt doch sowieso jetzt schon wieder irgendwas zur Infanterie. Was hab ich da kassiert? Äh. Einrad. Machen wir den, den Adler Auge für mich. Ja. Was, was zielt auf mich? Und was kommt da noch schweres? Was? Südöstlich. Die Luft brennt. Der Panzer hält. Drei Wetter Zemerit. Der Brumbeer ist auf jeden Fall da. Möchten wir ganz schnell gucken. Ist der Stuhl weg? Okay. Okay. Die Schwärmpanzer liegen. Da kommt noch ein Tiger. Der Stuhl ist die Kette gezogen. Ich geh wieder hier. Ich fahr wieder auf den Berg. Ich glaub das ist besser. Ich glaub das ist noch eine Flak. Sehr schön. Brumbeer zielt auf A. Ja. Was kommt? Da kommt ein Veteranen Tiger. Guck mal. Oh scheiße, 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 scheiße. Ich hab da grad ein Stuhlpanzer. Du bist ein bisschen leise, Fifero. Das ist ein Stuhlpanzer. Der hat grad meine Arten ausgeschaltet. Ah, meine Damen und Herren, der Fifero. Falls ihr den noch nicht gehört habt. Ach, ich brauch auch Munition, weil es grad eben noch nicht gehört hat. Ja, das war ein bisschen leise. Was war das? Was war das? Brauchst du noch die Munition? Truck. Truck. Braucht immer noch die Munition. Ja, bitteschön. Okay. Was war das? Meine Güte. Der Sherman hat sich bezahlt gemacht. Was war das denn jetzt? Ist das der Brunberg gewesen? Ja, der Brunberg ist tot. Nur noch der... Okay, der Tiger-Turm ist gezogen. Jetzt muss ich mal auf den Hügel hier schnell wieder hoch. Oh, wie sieht's denn hier? Oh, Mist. Ähm, ja. Hast du auf den Munitions-LKW aus Versehen geschossen, Einrad? Nein. Äh, das war vermutlich die Flagg da. Okay. Stell dich doch eher da hin. Das wäre, glaub ich, besser für dich. Meinst du genau in den Kram rein? Nee, nee. Einfach nur ein bisschen so, dass du nicht unbedingt den Munitions-Anhänger im Visier haben könntest. Ey, hier hast du meine Artillerie. Ich kann dich grad nicht bemannten. So. Wir brauchen nochmal einen Panzer 3. Und nochmal einen Panzer 4. So. Aussteigen. Alles sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Mann, ist natürlich voll der tote Winkel da. Aha. Aha, geht doch. Warte auf den Tiger schießen. Nein. Äh, wenn du, wenn du, wenn, leg deine Einheit dann einfach alle hin. Ja. Achso, hast du schon. Und dann, äh, müssten die aufhören auf dich zu schießen und fahren näher ran. Okay, der ist im Arsch. Guck mal hier. Den Tiger würd ich schon gerne haben. Ich glaub, der ist einfach nur das Geh mit dem Netz, aber... Ist leer, Fifiro. So, falls du ein Fahrzeug brauchst, der Turm dürfte nur kaputt sein. Ich glaub, wenn du... Ne, ist noch nicht leer. Ach, Kette gezogen. Ach, Kette gezogen. Ah, müsste aber leer sein. Oder was ist das? Ne, was ist denn da leer? Der an... Der andere Tiger ist leer. Okay, ist sicher. Ich seh schon. Jetzt ist er leer. Oh, sehr schön. Wo ist denn der Firefly eigentlich? Ach, da oben. Wir haben am Anfang noch gar nicht geguckt. Hetzel. Der steht aber echt gut. Hetzel. Boah, das sieht so gut aus, ne, wenn der schießt. Hey, da kommt noch ein Minenfahrzeug und die haben Kette repariert bei mir. Ja. Also du musst, äh, die Reichweite von der 8.8 ist ungefähr hier. Also, äh, da muss ich erst mit dem Tiger wieder ran. Immerhin schießt, immerhin schießt der Mörser jetzt. Ach, super. Idiot. Sehr schön. Ich schlau, das gefällt mir nicht. Oh. Die Infanterie ruft nicht blindlings einfach vor. Oh. Frechheit, sowas. Ja, Frechheit. Oh, das ist so schlimm. Also ich hab noch den... Also ich hab noch den... Die Suizid-Leute mit TNT. Ich glaub, du stellst, rückst, äh, tu mal alle deine Infanteristen zurück und tu die hier oben in die Gräben und überall mal verteilen. Ich glaub, das ist besser. Ich glaub, die, äh, sind... Obwohl, jetzt müsste es ja eigentlich gehen, wenn der Tiger da ist. Geht's. Da kommt ein Hetzer. Hetzer. Und noch mal ne Grille mit, äh, mit 20... 30... Hahaha. Ja, also der Firefly macht da einfach kurz nen Prozess mit allem. Und der Fifiro auch. Aber ist aber auch echt schönes Wasser, muss man sagen. Krieg ich direkt so Pazifik-DLC-Vibes. Okay, da kommt ein Luchs. Okay, den haben wir auch. Das ist ne coole Map gerade. Also die Map ist echt gut, eine der besten. Ich will nix hier raufbeschwören, aber... Wir müssen da in den Panzer rein, sonst wollen die den haben. Die steigen auch ein. Fifiro, nein! Ja? Oh, ja, Einrad! Ich küsse dich. Steig jetzt da ein, Fifiro, und fahr den weg. Ich glaub, die Kette ist noch nicht mal kaputt. So, definitiv ich. Die steigen da ein, Fifiro. Ah, ich bin ja unterwegs. Sag mir das, wer... Einrad, schieß raus! Und wieder gut, ich glaub, er ist nicht ganz tot. Ich hol mir noch mal ein bisschen Infanterie, ich hab hier noch so viel rumstehen. Ist das Fifiro, oder? Ja, Fifiro soll er einsteigen. Das sind ja zwei Tiger. Ich weiß aber nicht, ob bei dem die Kette intakt ist. Ne, die ist nicht intakt. Aber diesen Veteran-Tiger, der wär schon sehr interessant. Ja, gibt Knallgas. Tiger-E-Ace. Ja, steht. Es ist ein Ass. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Mit dem Multiplayer macht das schon Sinn. Die sind dann halt schon gelevelt und so. Danke. Hm? Achso, war die KI okay. Äh, ja, ja, bitteschön. Naja, ich war das. Der Motor raucht! Der Motor raucht, der raucht wirklich. Feuer im Motor-Raum! Im Motor-Raum, achso. Wieder, also dass die mit Panzer 3Ms kommen, das verstehe ich so gar nicht. Der kommt schon wieder ein Tiger-Ass. Also die könnten ja auch, die kommen ja von da mit so einem, mit so einem Panzer-Zug kommen. Das ist wieder was. Du hast jetzt hier Grenzen, ne? Wir haben auch nicht so viel Angst, weil wir einfach eine ziemlich gute Position haben. Oh, die sind leer. Die sind Slayer. So, nehmen wir den mal raus. Okay, es geht weiter. Puma. Zwei Zentimeter. Der M will über die Brücke fahren anscheinend. Viel Glück. Ich will mal ganz schnell beeilen, damit wir den Mörser bemannen. Hä? Ist der tot? Gut. So. Der zweite Tiger kommt jetzt an die Front. Ich glaube, das wird nichts. Die sterben jetzt alle. Der Tiger steht immer noch scheiße. Wir stellen uns da hin. Okay. Okay. So. 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 Ich krieg kein, äh, klares Schussfeld auf den. Oh, oh. Oh, sehr schön. Das war's. Der Motor ist auf jeden Fall im Arsch. Ersteigen aus. Sehr schön. Äh, Artillerie. Hab ich, glaub ich, gerade gehört. Ist wir da drin? Ja. Oh, so eine gepatzete Flak kommt. Äh, ja, hier ist Artillerie. Okay, ich habe einen Flieger. Mach ich drauf. Okay. Sollte laufen. Oh, Scheiße. Das war knapp. Oh, gut. Oh, gut. Das hat funktioniert. Aber der hat mein Getriebe kaputt gemacht. Das war schon... Soll ich den Ingenieur reinschicken? Ich glaube schon. Entschuldigung, hier ist ein Tilly. Okay, wo ist der? Der ist er. Mayday, Mayday. Achtung. Achtung, Achtung. Hier spricht das Front HQ. Königstiger gesichtet. Ich wiederhole. Königstiger gesichtet. Gott steht ihnen bei. Stalin stehe ihnen bei. Ähm. Ja. 250 mm Front. Ich glaube, wir verstecken uns mal ein bisschen. War das 250? Ich mache den Sprengtrupp bereit. Oder war das 200? Das ist viel. Auf jeden Fall genug. Oder ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich meine, der Sturm, der Jagdtiger hat aber, glaube ich, 250. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oder 230, irgendwie so. Ich kann jetzt alle Zahlen sagen. Oder liege ich mit irgendwas richtig? So, okay. Ich steige aus aus meinem, ähm, Tijon. Und warte, dass der nachher rankommt. Wir tun so, als wir... Wir machen hier Fury. Ja, Fury. Ich hasse diesen Film zu erwähnen, weil der ist... Ich finde den so scheiße. Aber, äh... Wir tun so, als wenn wir K.O. wären. Damit die Deutschen, weil die so blöd sind. Und, äh, ja, nun Reihe und Glieder an der Front singend marschieren. Wird das schon funktionieren. Oh Gott. Das war gerade rechtzeitig. Achtung! Black, äh... Black, äh, weil ich so lange... Einrad, pass auf! Oh Gott. Versteck dich! Nicht atmen! Ich wette, deine Pakt stirbt jetzt als erstes. Also, ich gehe auch aus von... Ich gehe auch aus der 8-8 raus, glaube ich. Raus da, Jungs. Raus da! Hinlegen! Nicht atmen! Ich gehe auch aus dem Mörser raus, wer weiß. Genau, nicht bewegen. Dann kann er uns nicht sehen. Schst, wartet. Wartet, er kommt näher. Er kommt näher. Achtung! Warten! Äh, oh die... Oh, äh, äh, äh... Äh, Feuer frei! Nein, die Flakke weg damit. Sollte nah genug sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der hat jetzt natürlich Zeit gehabt, ranzukommen. Äh, Sendover Big Guns. Oh oh. Ja, ja, das ist irgendwo der Signaler, äh... Äh, Eindrad, kümmer du dich um den, den Radio, äh, Typen, wenn er nicht schon tot ist. Ich glaube, die bringen schwerer Artillerie. Oh Gott. Oh nein. Kann ich nicht... Kann ich nicht drauf schießen. Es ging doch vorhin noch. Ja, ich hab's geschafft! Ich hab irgendwas kaputt gemacht bei dem. Ach du Scheiße. Alter. Alter, das ist wirklich... ...Morsakal, der... ...der hier reingeschossen hat. Alter, haben wir ein Schwein. Alter, das war eine Explosion. Mein Tiger ist ausgeknipst. Ich glaube, das können wir von gestern drauf schießen. Der Königstiger. Das schafft man so nicht. Liegen bleiben, Einrad. Mann, eben... Du bist doch noch. Du bist unsere letzte Hoffnung. Also, die drittletzte. Ist ja blöd. Vorhin hat das noch funktioniert. Held der Sowjetunion zu werden. Alle streiten sich jetzt um den Helden der Sowjetunion. Wer auch immer den Panzer ausknipst. Was war das denn jetzt? Ah, der hier. Langsam. Langsam. Sehr gut. Sehr gut. Nein, er dreht sich. Nein, er dreht sich. Ne, ist nicht... Ich... Ist scheiße. 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 Aussteigen. Hat keinen Sinn. Ich... 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 3M. Ich muss mir keine Sorgen machen. Glaub ich. Ich... 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 Ja. Ich... 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 E-Motor an. Sehr gut einraten. Schaffst du ja wohl. weit hat ihr... Aber das Kalkerät-Ding... Ja, das war übel. Bloß ein Rad, zeig was... Explosion! Achtung! Der ist explodiert beim Werfen, weil, glaube ich, die Flagg auf den Panzer geschossen hat. Und der Splitter hat sie! Sprengladung in der Hand vom Soldaten ausgelöst, beim Werfen quasi. Richtig gut. Pass auf, ich beende jetzt mal hier, weil irgendwie ist hier ein bisschen buggy. Äh, jetzt schon? Ja, ich weiß nicht, äh... Oh, ja, der ist... Oh, das ist auch nice. Na gut, dann machen wir jetzt noch. So, dann müssen wir das reparieren. Dann den da dran. Dann, äh, warte, ich hab doch irgendwo noch Panzerbesatzung hier. Dann haben wir hier noch irgendwo nen... So, genau, der repariert den. Gehen. Komm, Einhard, jetzt! Lass die Mörser einstellen. Lass die Mörser, ja. Sekunde. Jetzt. Du schaffst das, ich glaube an dich. Ist genau gut geworfen, sehr gut. Boah! Wiu, 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 wiu. Sehr schön. So, mein Wurf. So, da ist noch... Hier, den Tiger kannst du auch noch erbeuten, Fifero. Werden die immer mehr. Ja, man weiß ja nie, wie die drauf gehen. Ja, das stimmt. Tja, also wenn wir jetzt hier so viele Tiger haben... Und Königstiger... Vielleicht kommen jetzt nur noch Königstiger, oder so. Ich meine... Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann wirklich nur noch so ist. Oh, Königstiger! Oh, Sturmtiger! Nicht schlecht. Ja, gut, Leute. Forschungstechnisch machen wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Das sagen wir dann immer nächste Runde. Dann hören wir jetzt hier auf. Wir reparieren noch ein bisschen Krempel. Und... Ja, im Großen und Ganzen passiert halt wirklich nie so viel, ne? Guckt euch das Schlachtfeld an. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Aber ist klar, dass der Königs Sieger aufs Thunnail muss. Aber ist auch sehr praktisch hier. Wann ist alles sehr gut gebrauchen. Ups. So. Ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Schön kommentieren, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Danke fürs Zuschauen und sag Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss. 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 Musik 5 1